Musik Die Weihnachtsfrau ist mal wieder in der Weihnachtswerkstatt aktiv. Der Weihnachtsmann hat jede Menge Muttern liegen lassen. Und die müssen doch irgendwo ordentlich verstaut werden. Die Weihnachtsfrau fädelt 8 Muttern auf eine ca. 50 cm lange Schnur und knotet an beide Enden jeweils eine weitere Mutter, sodass es insgesamt 10 Muttern sind. Nun nimmt sie das eine Ende mit einer Mutter in die rechte Hand und legt die Schnur über den ausgestreckten linken Zeigefinger. Der obere Teil der Schnur ist leicht angewinkelt nach oben gehalten und die neun anderen Muttern hängen runter. Was passiert, wenn die Weihnachtsfrau nun die Mutter in der rechten Hand loslässt? A. Die eine Mutter fliegt über den Finger, es fallen alle Muttern zu Boden. B. Die eine Mutter zieht alle anderen Muttern über den Finger hinterher zu Boden. C. Das Schnurende mit der einen Mutter wickelt sich um den Finger der Weihnachtsfrau. Es fällt nichts herunter. D. Die Schnur hängt am Finger. Beide Enden hängen einfach nur runter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020